Mikrofon aktiviert Ich bin freundlich, Mann! Kannst du mir helfen? Ja, ich bin eigentlich im Interview... Wo bist du? Wo bist du? Ja, hallo! Hallo! Ähm, ich brauche äh... Bist du deutsch? Äh, nein! Okay, ich brauche Essen oder so... Ich bin nicht deutsch. Bist du aus Deutschland? Ja, ich bin aus Deutschland. Ich bin aus Norwegen. Oh, schön, schön! Schön, dich zu treffen, Mann! Nice! So, was machst du? Ich weiß nicht, ähm... Ich brauche Essen und Drinks, also... Äh, ich denke, ich habe etwas für dich. Okay, nice! Hier ist ein Soda. Ich verabschiede es. Mikrofon aktiviert Kannst du das öffnen? Kannst du das Essen öffnen, bitte? Ah, ja, sicher. Sehr gut! Danke, Mann! Kein Problem, Mann! Bist du noch da? Ja? Ja, ja, sicher. Ich wollte noch nicht unterbrechen. Achso, ja, kein Ding. Ich habe mir gerade so einen netten Spieler getroffen. Dem öffnen wir jetzt alle Dosen. Egal, wo bist du? In Sonnenschnie. Okay, ich komme gerade runter. Ich habe Child Briefcase gefunden unterwegs und Pulli. Okay, nice. Mit Igloo drauf. Ich bin so glücklich gerade. Ah, ja. Ja, danke, Mann. Du bist toll. Ich muss weitergehen, Mann. Okay, kein Problem. Ich muss weitergehen, Mann. See you. Okay, ciao, Mann. Goodbye. Mikrofon aktiviert. Ja, das ist doch mal wieder mal eine geile Aktion in Daisy. Man glaubt es kaum, man glaubt es kaum. Es gibt noch Spieler, die friendly sind. Ja? Ja, das ist echt selten geworden. Wobei man sagen muss, mein Englisch war gerade total beschissen, aber ey. Das war halt... Ach, ja. Geht. Oh, fuck, 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 da ist ein Sniper. Gut, fuck, 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 das ist unser Wort. Da ist noch ein Spieler. Oh, scheiße. Tut mir leid, aber da ist... Fuck, Luzi, ich werde beschossen. Da ist ein Sniper. Ja, aber nicht... Keine Beleidigung jetzt. Das ist auch... Da ist noch ein Spieler, warte mal. Ich guck mal, ob ich den noch finde. Ach, die sind zusammen, oder was? Das sind zwei Spieler. Okay, der rennt weg. Ich bin jetzt an der Factory. Ich verfolg die mal. Kommst du nach Solnichni? Ja. Ich guck mal, was die so treiben. Oh, Luzi, du guckst so, was die so treiben. Sorry für meine verbalen Ausschweifung gerade. Ja, fuck, fuck, geht ja noch. Solange du kein BIEP oder BIEP sagst, ist alles okay. Nee. Verstehst du? Ja, verstehst du? Verstehst du, was ich meine? Verstehst du, weißt du, Genev, ich bin's Kay? Ähm, ich mein, ja. Wir... Nimmst du doch auf, oder? Ja, klar. Alter Schüsse. What the fuck, Freunde. Hier geht's... Hier geht's ab. Hier geht's ab. Ich versuch die umzunackeln. Go! Ja, ich bin gerade bei der Fabrik. Ich bin auf dem Weg. Ich muss ihm helfen, den norwegischen Freund. Aus Norwegen? Ernsthaft? Ja. Geil. Fuck it! Wo sind sie hin? Ich lauf jetzt über die Brücke. Ich bin unterwegs. Oh, nee, ich würd sterben. Ich siehs kommen. Scheiße. Nein, alter, halt durch. Ich bin gleich da. Nee, ich rede nicht so bescheuert rum. Darum. Ach so. So. So, schnell hinter die Mauer. Okay. Hier wurde hart geschossen. Ich hoffe, unser Freund hat's überlebt. Überall Action gerade, ne? Egal, wo man hingeht. Das ist wahr. Das Ding ist... Ich hab die aus den Augen verloren jetzt. Nein, da sind sie. Da ist er! Warte, warte, warte! Warte, warte! Ich nackel ihn. Ja, wo denn? Fuck, wo ist er hin? Nein, nein, nein. Ja, super. Ist er friendly? Wenn er gescheuert hätte, würde er nicht friendly sein. Warte mal. Ich komm hier grad... Ich weiß jetzt nicht, ob das der norwegische Freund war jetzt. Ich will jetzt keinen falschen unboxen. Warte halt, bist du norwegisch. Da hinten war aber auch einer. Der kann auf jeden Fall nicht mehr laufen. Ich versuch da mal ein Bestes. Ich seh Solnichni, ich bin gleich... Die haben keine Waffe, kommst du nach Solnichni? Wir können die unboxen. Ich bin gleich da. Ich bin schon am Schild. Der eine ist... What? Die Tanke, ich bin gleich da. immer noch ok ok ich bin jetzt an der tankstelle wo sind noch weiter rein rennen noch weiter rein kannst zurück noch ein stück kommt zur brücke am besten ich muss mich mal kurz hier verbinden irgendwie aber wo sind die nicht dass ich jetzt mitten rein scheiße hast du verbands zeugs ach stopp ein t-shirt afak ruiniert kannst du das nicht irgendwie rippen oder warte manche such mal da waren drei spieler auf jeden fall einer hat irgendwie die beine gebrochen ok und der eine war glaubt ich hatte ein pulli dabei den habe ich jetzt zu rex gemacht ja komm mal her geil zur brücke du heulst gleich nur die rex sind ruiniert ach fuck ey das kann nicht wahr sein ach fuck der pulli war wahrscheinlich auch ruiniert ich trottel ich hatte ein sewing kit kannst du die band ist damit reparieren ich bin jetzt in die strottel habe das t-shirt gekillt du hast du in zu was du hattest ja das naked ich habe jetzt auch das t-shirt ruiniert er gekillt ich bin zu dumm ich bin jetzt in solnitschnie wo sei es gleich kommt zur hauptstraße weißt du noch wo diese da bist du das ja das bin ich dein t-shirt das ist ein unterhemd junger fuck it komm mit ich zeig dir wo sie sind ich werde jetzt eh sterben daher hast du eine waffe oder sowas ne ich habe handschuhe wenn es hilft na super da warte mal da vorne sind sie bist du hinter mir da vorne sind sie irgendwo drei stück an der halle waren sie da ist können wir suchen wir nicht lieber kurz irgendwie ein t-shirt oder so muss hier irgendwo rumliegen für dich ich werde eh nicht lang überleben bist du egal darauf ist das lp hinaus nur so ja so warte mal hier ist es ihr wahnsinn die sind jetzt hier wahrscheinlich weg oder okay da steht auch das wo am bahnhof weg da erzielt 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 ja ein dacht und erzielt 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 ja das ist sind das wie viele sind denn das die sind da dahinter die sind da dahinter scheiße lass weg kommen lass weg ich glaube ich habe keinen plan ob das ein norweger ist ich will jetzt hier kein erzielt sie zielen sie zielen rennen zick zack hey ok es rennen rennen die kommen glaub ich habe es im blut die kommen oh gott ey eine verfolgungsjagd quer durch stjerneros oh mein gott das war einfach nach norden rennen voller angst zombie hinter dir ja ich sehe es ich dachte dass der norweger irgendwie angeschossen wurde da aber anscheinend sind sie so dritt einfach jetzt ja naja lass einfach nach beere und dann ja ist alles supi können wir ja da mal wieder einschalten wenn es so weit ist ohja ohja hammer geil ist auch einer hinter uns ne muss gleich erstmal die x story gucken ich habe extrem wenig frames beim aufnehmen ok na bis dahin hm das ist das ist komm einfach her und gib dir das das ist der mit der musik oder das ist eigentlich ne sie ich renn gerade einfach hinterher weil ich die musik feier what lol alter gma what the fuck ist das geil lass dich schnell weg bevor gma noch kommt ja bei mir ja ich nehme ja auch auf achso was für ein lied ist das denn ich habe keinen plan ich habe es nur du 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 gehört wenn ihr wisst was das für ein lied war schreibt es doch mal dann schreibt es in die kommentare in die kommentare ähm ich würde sagen wir gehen zum pianohaus ich muss leider ingame jetzt auch reden aber scheiß drauf äh zu welchem pianohaus äh zum ersten zum ersten von äh achso da unten ja wenn man von mhm ich bin unterwegs Norden kommt ja warum redest du jetzt ingame auch damit TS entmutet ist verstehst du versteh ich nicht wenn ich auf caps lock drücke werde ich in TS gemutet wirst du nicht ich höre dich im TS auch ja jetzt wenn ich jetzt aufhör zu reden ingame weil ich die taste los lasse dann ist TS gemutet so Mikrofon mutiert Mikrofon aktiviert achso ne war gar nicht so hallo ja ich weiß ich bin Mongo aber das wissen ja mittlerweile alle ich habe auch gar nicht verstanden was du mir da erzählen wolltest ey ja bitte was boah Junge da ist ne Maske ne Maske ne Maske ne Maske ne Maske ne Maske 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 Caer can spaghetti in a can spaghetti oh yeah gib mir die can spaghetti hold die backen gib mir die can spaghetti oh yeah oh medikit bäm alles mehr hey ist ein dosenöffner ich hab doch schon einen der hat einen Dosenöffner sagt mir nix ey hab ich vorhin gesagt ne nix hast du gesagt Ich habe gesagt, was ist das? Handgranate? Nee, Dosenöffner, habe ich gesagt. Quatsch. Doch? Nö. Du lügst doch, Alter. Du lügst. Scha- bitte was? Ich bin ein Schandmaul. Achtung, Achtung! Das Einsatzkommando trifft jeden Moment ein. Bleiben Sie liegen! Alarm! Achtung, Schieß! Keine Bewegung! Okay, Ziel getroffen, Ziel getroffen. Mache Verbandszeug bereit. Ist der von dem Zombie getötet worden? Checker Puls, checker Puls. Call to touch. Wir haben ihn verloren. Wir haben ihn verloren, Mist. Roger. Ich nehme mal seinen Rucksack mit. Ende, Ende. Langsam, wenn er die Treppen runterläuft. So, Freunde. Wir haben ja gerade ein Spielhaus gemacht und werden den mal verfolgen und versuchen, ihn mal umzubringen, oder? Oder wollen wir erstmal friendly, friendly bleiben? Ja, lass mal zuerst friendly. Ich will erstmal ein bisschen Interaktion haben hier. Ja, auf jeden Fall, Junge. Ja, wir sind den ganzen Tag schon am DayZ zocken, wie die Verrückten. Haben mittlerweile wieder geilen Stuff am Start. Leute, da ist gerade die Tür zugebackt, bei mir. Wo? Egal. Geh du in den Factory rein, ich geh außenrum. Oder wir wollen was machen? Ja, ich geh rein. Ich bin drin. Alles klar, alles klar. Okay, unten ist er nicht. Ob der überhaupt hier rein ist? Oben auch nicht. Ist ja noch die andere Frage jetzt. Nee, also hier drin ist er auf jeden Fall nicht. Wird wohl im Pianohaus sein, oder? Der muss ja hier irgendwo sein. Bist du das? Ja. Okay. Türen sind aber zu. Frage ist, hat der die zugemacht, oder ist der weitergerannt? Ich guck mal über die Mauer. Ob er irgendwas sehen kann. Very loaded? Ich nicht. Okay, da ist er drin. Achtung, da ist er drin. Gut, wir gehen mal vor. Friendly, oder was? Ich weiß es nicht. Da hat doch einer geschossen gerade. Ich mach mal die Tür hier auf. Okay, ich die auf der anderen Seite. Der kann nicht zweit hier in den Blick haben. Ich glaub, der ist oben. Bist du drin? Ja, der ist definitiv oben. Alles klar. Warte mal, warte mal da bitte. Ich versuche. Okay, auf der Treppe ist er auch nicht. Guck nur, ich luge nur ganz kurz die Treppe hoch. Hä? What the fuck? Da ist gar keiner drin. Wat? Ach, dann war der im... Doch, der steht oben drin. Doch, doch, der steht oben drin. Oh, der Storn hat gerade bei mir. Was denn, da bist du tot, oder wat? Ja. Wie? Ich weiß nicht. Ich stand unten auf der Treppe. Der konnte mich gar nicht sehen. Ah. Der rennt wieder hier hin, ne? Ja, aber der ist oben drin. Pass auf, ne? Am besten setz dich einfach unten vor die Treppe und warte. Der muss ja... Wenn du Glück hast, denkt der, dass nur ich das war. Aber dann kannst du ihn nur schießen, wenn er runterkommt. Jetzt zieht er auf die Fensterscheiben einfach. Ja, pass auf, ne? Es kann sein, dass der jetzt runterkommt, weil der denkt, dass nur ich das war. Kann man durch den Zaun schießen? Was für ein Zaun? Also mach schon einen Radzaun. Ja, Gitter. Ja, ja. Glaube ich zumindest. Weil es ist Daisy. Musst du dich nicht wundern. Ja, ja, ist klar, ist klar. So, wo bekomme ich denn jetzt hier raus? Ist das doof? Wieso stirbst du denn du einfach, ey? Weiß ich nicht. Das hat mit Daisy was zu tun. Lol, Schüsse. Ist er draußen oder was? Wo bin ich? Ist das Olscha? Ich glaube, ich bin ein Olscha. Olscha, meinst du? Glaube ich. Ich kann es noch nicht ganz einordnen. Alter, M4. Oh, jetzt geht's los. Es ist hier wieder am Dampfen. Okay, M4 war definitiv nicht der Typ. Jetzt ist die Kack am Dampfen hier. Alter, gleich zum Start der Aufnahme. Ich bin gestorben erst mal. Gott sei Dank kann man das schneiden. Nee, ich lasse es hier drin. Nee, aber ich meine, nach dem nächsten Cut ist er wieder da. Ach so, meinst du? Das ist ja klar. Boah, er geht's böse ab in Beere. Ich muss erst meinen Zombie suchen und mich töten lassen. Das steht schon in einer Wunde wahr. Scheiße, ich bin tot. Fuck it. Auch? Der hat aus dem Fenster geguckt und sofort One-Hit. Ja, das ist doch behindert. War das ein Hacker? Nee, der hat bestimmt so rumgebackt wieder. Weiß ich nicht. Also, ich bin auch der Meinung, dass der mich nicht erwischen konnte, so wie ich stand. Wenn du unten, weißt du, wenn du unten auf der Treppe stehst, kannst du die Kamera so drehen, dass du trotzdem hochgucken kannst. Nee, ich war ja außen. Ich habe auf die Fensterscheiben gezielt. Nee, ich meine, wie ich gestorben bin. Ach so. Na gut, dann schauen wir wieder ein, wenn wir ja Loot und so haben und so. Genau. Mikrofon, Mikrofon aktiviert. Hey, friendly man. Friendly. Don't shoot, okay? Mikrofon, Mikrofon aktiviert. Ich sehe die, Alter. Hast du gehört? Hast du siehst die? Ja. Ich glaube, die haben noch keinen Plan, dass ich hier bin. Beziehungsweise sie haben keinen Plan, wo ich mich befinde. Du hast doch gerade gesprochen. Ja, aber hinter der Mauer. Ich glaube, der eine kommt schon, um mich zu holen, glaube ich. Wir rufen nur Polizeieinsatzkräfte und die holen euch. Was? Bitte was? Oh, dieses Please Wait. Okay, ich bin gespawnt. So, jetzt wo bin ich? Mitten im Nichts. Das ist geil. Meinst du? Null! Oh, Alter, mein Herz. Was? Erschossen. Du? Ja. Geil. Muuuuh! 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 Psst! Das ist nicht gerade dein Ernst, ja? Das ist nicht gerade dein Ernst. Ja, Freunde, da haben wir einiges erlebt. Einige Fails, einige Interaktionen und sogar Rettungsaktionen, möge man fast schon behaupten. Wobei wir da natürlich zu spät angekommen sind und jede Hilfe zu spät war. Naja, und wie auch immer, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Daisy und noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen, meine Freunde. Bis dahin, euer Luzi. Okay. Let's go. Bitte nicht. Okay. Hui. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020